Die Inversion Sammerlands stockt. Tage sind vergangen seit den Blünderungen der Dörfer. Uta hat erwartet, dass der König von Sammerland reagieren würde, wütend aus dem Sumpf herausgestürmt käme, um sich zu rächen. Doch das ist nicht der Fall. Sammerland bleibt still, Sammerland erduldet. Die Dörfer brennen, die Menschen leiden, fliehen und strömen aus dem Land oder verschanzen sich in den Burgen. Die Minen sind zerstört. Uta hat versucht, sie zu sichern, doch sie wurden zum Einstürzen gebracht, damit er nicht an jedes jenes kostbare Metall kommt, wofür er überhaupt hergezogen ist. Dem Eleri wurde nicht mehr zu Uta vorgelassen seitdem und die Salisbury Knights sind ein bisschen isoliert vom Rest. Der König hat keinen von euch mehr in seinen Kriegsrat bestellt. So wartet die Armee, wartet auf neue Befehle, wartet auf eine neue Idee, was zu tun sei. Da schließlich kommt ein Bote zu Dame Sotscher. Dame? Ja, was willst du? Der König schickt nach euch, Dame. Dame Sotscher sieht etwas an sich herunter. Das schlissenen Oberkleid. Ja, ja, ich komme sofort. Er hat ausdrücklich befohlen, dass euer Knappe dabei ist. Hat er gesagt, dass wir sofort kommen sollen? Es klang nicht sonderlich eilig. Aber der König ist kein geduldiger Mann. Er schaut dich so ein bisschen ängstlich an, weil er wohl erschreckt, dass er das gesagt hat. Will es aber auch wieder nicht zeigen. Sotscher nickt nur ganz langsam mit unbeweglichem Gesicht und sagt, in Ordnung. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Ja, wir kommen sofort. Du kannst gehen. Er beeilt sich davon zu kommen. Patrick, rufe ich. Dame Sotscher? Komm her. Patrick kommt mit dem Schwert von Sotscher hinein. Wenn Sotscher darauf achtet, sieht sie, dass das Schwert die Flammen widerspiegelt und es anscheinend frisch geölt wurde. Wir müssen ... Oh, das sieht ja sehr gut aus. Ich versuche, mich nur an das zu halten, was ihr immer predigt. Hört zu, der Hochkönig schickt nach uns. Wir sollten sofort gehen. Portric wird leichenblass, als sie das sagt. Bürste deine Kleidung etwas ab. Ja, ähm ... In kurzer Zeit bist du wieder hier bei mir. Dann gehen wir sofort los. Na, na, natürlich, Dame. Während Portric das tut, geht Dame Sotscher durch das Lager. Finde ich Dame Ileri hier irgendwo. Du findest tatsächlich Dame Ileri gerade auf dem Weg zu Edener. Dame Ileri erlaubt ein kurzes Wort. Sie dreht sich zu dir um, lächelt. Du siehst ihr Gesicht. Sie hat eine lange Narbe von der einen Seite am Auge vorbei, über die Nase auf die andere Seite des Gesichtes führend. Und die Wunde, die ihr der König zugefügt hat. Man wird sie wohl für immer sehen. Sie wisst nicht sehr tief, aber tief genug. Sie schaut dich an. Du. Alles so gut? Wie geht es dir? Ja, es geht alles gut. Der Hochkönig schickt nach mir und nach meinem Knappen. Ich, ähm, also, ich brauche einen Umhang. Einen Umhang, der nicht in so vielen Fetzen herunterhängt wie dieser hier. Der König schickt nach dir? Ja, der Hochkönig schickt nach mir. Geh nicht hin. Was? Er schickt nach mir? Geh nicht hin. Vertrau mir. Warum? Was meinst du, hat er vor? Es ist etwas geschehen. Und es hat auch ein bisschen mit dir zu tun. Ja, du musst hin. Komm mit mir. Ja, natürlich muss ich. Ja, ja. Gib mir einfach irgendetwas. Sie dreht sich zu ihrem Knappen. Geh zu, zu, die, geh du zu Ednaea und sag ihm, dass er zum König soll. Schnell. Au. Ja, Harren. Ja. Er ist der Einzige in der Gunst des Königs. Er ist der Einzige in der Gunst des Königs. Vielleicht kann er, vielleicht kann er die Situation irgendwie entschärfen. Ähm, worum geht es denn? Schau dich an. Es geht um die Omadens. Aber wir haben keine Zeit für Erklärungen. Los, schnell. Um die. Nein, in Ordnung. In Ordnung, ja. Gib mir irgendwas. Am Zelt von Ednaea hört man ein unruhiges Zupfen. Herr? Ja. Herr Ednaea? Ja, hier. Ich habe eure Knappin gesucht, dass sie euch die Nachricht überbringt, aber er schaut sich um. Ich habe sie nicht gefunden. Wie auch immer, dem Aleri schickt mich. Ihr sollt unverzüglich zum Hochkönig. Gut. Hilf mir. Ja. Und er hilft dir. Hier diesen Gurt. Fester. Ja. Ich muss aufrecht stehen vor dem König. Selbstverständlich. Der Junge ist fähig. Trainiert. Macht die Arbeit hervorragend. Wie heißt du? Devon. Ich heiße Devon. Gut gemacht, Devon. Und jetzt fühl mich zum König. Kurze Zeit später. Ednaea kommt vor dem Sorcher an und sieht eine Szene. Die recht wunderlich an. Er ist das große Zelt des Königs. Da sind einige Ritter versammelt. Und in der Mitte kniet ein Mann. Ein Mann, den du kennst. Finchan O'Medden. Er kniete auf dem Boden. Sein Sohn, sein jüngerer Sohn, nicht der ältere, steht da etwas an der Seite und wird von zwei Rittern festgehalten. Er will was sagen, aber er hat ein blaues Auge. Und spricht nicht. Aber man sieht, er würde gerne. Auf so einem erhöhten Feldthron sitzt der König. Blickt mit steinerner Miene auf Finchan O'Medden herab. Neben ihm steht ein blasser, dürrer Mann. Irgendwas in den Zwanzigern mit einem hageren Gesicht und blonden Haaren. Er ist nicht wirklich hübsch, aber er hat irgendeine Ausstrahlung. Ich frage dich also noch einmal. Hast du deinen König, meinen Bruder, verraten? Oder nicht? Ich sage es euch. Ich bin ein treuer Diener, Locris. Ein treuer Diener meines Herrn Salisbury. Und warum sagt denn mein Vertrauter hier? Und er hält dem blonden Mann die Hand auf die Schulter, dass ihr ihm gegenüber gestanden hättet, ein Verräter zu sein und mit den ihren Empakte. Dass ihr es wart, der geholfen hätte, die Armee hier rüberzubringen, die geholfen hat, den Angriff zu planen, gegen den ich dann gezogen bin. Wäre ich nicht gekommen, dann wären die Iren vielleicht jetzt in unserem Land und das ist deine Schuld. Nein, Herr, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum dieser Mann behauptet. Willst du sagen, du kennst ihn nicht? Ich kenne ihn, er war in meinem Haus. Das ist so. Aber ich habe niemals, niemals würde ich, ich habe diesem Land alles zu verdanken. Schweig. Ah, Sir Adenair von Salisbury. Wie heißt das Kaff, aus dem ihr kommt? Pitten, mein König. Pitten. Noch nie gehört. Komm näher. Sir Adenair kommt näher. Die Rüstung sitzt gut. Diesmal, diesmal zeigte kein Zeichen von Schwäche. Aber Zeichen der Etikette, es spricht nicht nur, wenn er angesprochen wird. Sir Adenair, welche Strafe steht auf Verrat? Der Tod, mein König. Ihr kennt diesen Mann. Du kennst diesen Mann da, diesen Iren. Nicht wahr? Er ist im Dienste von Roderick, mein König. Bist du mit ihm vertraut? Seid ihr Freunde? Wir sind Kekskameraden, mein König. Wo ist der Junge, nach dem ich gerufen habe? Und in dem Moment kommen dem Sorcha und ihr Knappe herein. Der andere Mann, dieser Blonde, flüstert dem König was ins Ohr und der König blickt zu Sorcha. Ah, ja, ich erinnere mich wieder. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, woher ich dich kenne, Frau. Jetzt weiß ich's wieder. Er lächelt kurz. Auch du tritt vor. Auch du bist der Salisbury. Und bring den Bengel mit. Sorcha verbeugt sich nur kurz und tritt dann nach vorne, wirft Portrigg einen kurzen Blick zu, dass er ihr folgen solle und bleibt dann stehen. Hochkönig, ihr habt nach uns gerufen. Ja, vor einer ganzen Zeit trafen wir uns. Da stellte ich dem Bengel eine Frage, ob sein Vater ein Verräter sei. Er sagte nein. Erinnere ich mich richtig. Sorcha überlegt einen ganz kurzen Moment und sagt dann, ja, ihr erinnert euch richtig. Junge, ist dein Vater ein Verräter? Nicht nach meinem Wissen stand es, Milord. Gut, dann ist es also eindeutig. Es gab einen Verräter in Salisbury. Mehrere Spione sagen das. Und es muss wohl ein Irrer gewesen sein, weil die Iren haben uns angegriffen. Einer aus Salisbury ist dafür verantwortlich. Wenn es also nicht der Vater von diesem Bengel ist, dann muss es der andere irische Lord gewesen sein, der genug Macht und Einfluss hätte, um so etwas zu organisieren, um einen Angriff zu organisieren. Der Einer, wie seht ihr das? Ich sehe es so wie ihr, mein König. Man berichtet mir, dass du gut geblündert hast und deine Aufgabe ordentlich gemacht hast. Ich werde mir das merken. Auch das hier. Dame Sorcha, wie siehst du das? Dame Sorcha blickt sich einmal um. Wie viele stehen hier? Ist das der ganze Kriegsrat? Nein, vielleicht so. Ja, also es sind schon so 15, 20. Aber halt auch noch ein paar Diener und sowas. Das ist jetzt nicht klar zu unterscheiden. Sorcha richtet dann ihre Augen auf ihn und schlägt sie dann nieder und sagt, in jener Nacht, in der ihr mich gesehen habt, ist vieles durcheinander gegangen, Herr. Mhm. Viele Dinge gehen durcheinander. Wenn man abgelenkt ist, das ist richtig. Und Herr, nicht ihr, sondern einer eurer Gefolgsleute verwechselte meinen Knappen. Er hielt ihn nicht für einen O'Neal, sondern für jemand anderen. Und der Mann flüstert ihm wieder ins Ohr. Ah, verstehe. Er hielt ihn für einen O'Madden. Hörst du das, O'Madden? Sogar diese Frau bezeugt es. Herr, darf ich? Ja, sprich. Dafür bist du hier. Und ich drehe mich kurz zu diesem Mann und werfe auch einen kurzen Blick zu Eoghan, aber sehe dann den Hochkönig wieder an. Eoghan starrt dich an mit großen Augen. Ein Bitten auf seinen Lippen. Ich kenne diesen Mann, Herr, und ich verbürge mich für seine Ehrlichkeit. Er ist ein aufrichtiger, treuer Gefolgsmann von Salisbury. Du verbürgst dich für ihn? Ja, Herr. Für Finchett O'Madden verbürgst du dich, dem Sorcher, Haushaltenleid, Hausretterinnen von Salisbury. Das heißt, wenn sich herausstellt, dass der Mann doch ein Verräter ist, dann bist du es quasi auch. Dann soll es so sein, Herr. Mädchen, er schaut dich an. Das hier ist nicht ein Kampf. Hört alle her. Ich weiß, ihr haltet mich für grausam. Ihr haltet mich für brutal. Ihr haltet mich für ein Monster, das macht, was es will. Und manchmal bin ich das auch. Aber ich verbrenne nicht grundlos, meine Ritter. Ich töte nicht grundlos jene, die mir und den Meinen dienen. Das wäre dumm. Es gibt klare Hinweise dafür, dass dieser Mann ein Verräter ist. Wir können es nicht beweisen, aber es ist relativ sicher. Mädchen, überlege, was du sagst. Du verbürgst dich für den? Bist du sicher? Ja, ich verbürge mich für den Mann, den ich kenne. Wenn es Hinweise gibt, die gegen ihn sprechen, dann kenne ich sie nicht. Finchett, oh Madden, start dich an. Also, Herr. Ich bin selbst ihren. Dann steht er auf. Das reicht. Dem soll ich ja sehr still. Sie schweigt. Das Mädchen weiß nicht, was sie sagt. Sie ist verliebt in meinen Sohn. Deshalb spricht sie. Nehmt es ihr nicht böse. Sie spricht aus Unwissenheit und aus Edelmut. Wenn überhaupt, dann sollte man ihr gutes Herz loben. Ich gebe es zu. Was? Ich gebe es zu. Ich habe alte Seilschaften, alte Freundschaften in Irland. Alte Schulden. Ich habe Dinge getan, damit der Angriff leichter fällt. Leibte Bestochung. Geld herbeigeschafft. Die Abmachung war, dass es ein kurzer Angriff wird und sie dann wieder gehen. Sie werden nie, werden niemals im Land geblieben. Aber ja, ich habe es getan. Und ich werde mit meinem Leben nicht noch das Leben dieses Mädchens wegwerfen. Pendlegan, start ihn an. Dann geht sein Blick zu Sir Ednair. Sag mir, wie soll ich damit umgehen? Da ist gesteht ein Verräter. Und eine andere hat für ihn gebürgt. Gib mir einen Rat. Dem Verräter den Tod, mein König. Dem Verräter den Tod. Und was mache ich mit dem Mädchen? Sie soll zusehen, mein König. Ich habe eine bessere Idee. Er schaut Sorja an. Da ist wieder das gemeine Lächeln dieses Mannes. Du tust es. Du richtest ihn hin. Sorja starrt ihn nur an und... ...braucht ein, zwei Momente. Bis sie dann nur ganz langsam nickt. Sir Ednair. Mein König. Sir Ednair. Sir Cairn hat gut von euch gesprochen. Ich höre viele gute Dinge von euch. Ich bin zufrieden. Danke, mein König. Heute, heute zum Mittag, wird die Hinrichtung stattfinden. Dem Sorja wird es tun. Vor allem im Zentrum des Heerplatzes. Ihr könnt alle gehen. Ich habe genug. Bringt mir Lady Nest her. Dem Sorja verlässt das Zelt. Hinter ihm Potrick. Sie ist offensichtlich aufgewühlt. Es dauert ein, zwei Momente zu lange, die sie braucht, um sich zusammenzunehmen, als sie sich dorthin gestellt hat. Und dann dreht sie sich ruckartig um zu Potrick. Potrick? So. So. Ach, ich weiß es auch nicht, was du tust. Geh. Hör dich hier um. Stich unter die anderen Knappen. Versuch herauszufinden, wer die Ratgeber von dem Hochkönig sind. Sehr wohl. Und mach schnell. Und mach es so, dass es nicht allzu auffällig ist. Ja. Ich werde mein Bestes versuchen. Dann geht Dem Sorja weiter. Sie steuert nach einem kurzen Überlegen das Zelt von Lady Nestern. Wer dort vor Wache hält. Ist eine Herrin dort drin? Die Lady bereitet sich gerade für den Hochkönig vor. Ich muss mit ihr reden. Einen Moment. Er verschwindet, oder sie, es ist eine Frau, eine Ritterin. Sie verschwindet im Zelt und kurze Zeit später kommt sie wieder raus. Geht rein. Sorja senkt ein wenig den Kopf, um sich nicht am Zelt zu stoßen, und tritt ein. Das sind zwei Zofen, die gerade Lady Nestern Kleid anziehen. Es ist ein edles Kleid in blau und schwarz. Sie sieht sehr gut darin aus. Es ist teuer und edel und irgendwie aber auch geheimnisvoll, so wie es diese Frau immer wieder schafft, geheimnisvoll und leicht verrucht zu wirken. Sie steht dort und lässt sich bereit machen und blickt dann zu dir herüber. Ah, Dem Sorja. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich dachte, ihr wolltet nicht mit mir sprechen. Ich muss mit euch reden. Ach ja? Ich habe es eilig, der Hochkönig hofft nach mir. Weiß. Ich weiß, und ich komme auch gleich zur Sache. Mir ist klar, dass ihr keinen Grund habt, mit mir zu sprechen nach dem, was ich getan habe. Ihr habt angedeutet, dass ich eine Hure bin, meint ihr das? Ich werfe nur kurze Blicke zu den Zofen. Sollen sie nicht rausgehen? Ach Quatsch. Wir sind hier keine Christen. Wir sind Heiden. Uns interessiert das Geschwätz irgendwelcher Frömmlinge doch nicht. Nun gut. Die wissen alles, was ich tue und ich bin, ich habe nichts zu verstecken. Gut, deswegen und weil ich euch ins Gesicht geschlagen habe. Wenn ich mir Gedanken machen würde über jeden, der mir ins Gesicht schlägt, weil er mich verachtet, dann hätte ich eine große Liste von Leuten, an denen ich mich rächen muss. Gut. Finchan O'Medden wurde des Hochverrates für schuldig befunden. Ja, ich habe es gehört. Und ich bin diejenige, die ihn hinzurichten hat. Was für ein Dreckschwein. Was für ein fürchterliches, wunderschönes Dreckschwein er doch ist. Ja. Ich hätte versucht, ihn davon abzuhalten, dass Finchan O'Medden sterben muss. Ja. Finchan O'Medden wird sterben. Er hat dieses Land verraten. Es gibt nichts und niemand, der das verhindern kann. Wenn es der König nicht tut, dann wird es Roderick tun. Er muss einfach, er muss einfach nach Irland geschickt werden. Er muss das Land verlassen. Und so einen weiteren Feind zu den Iren schicken, der vieles weiß über uns, der unsere Geheimnisse kennt, der unser Freund war, der uns ins Gesicht gelogen hat. Wie naiv bist du denn? Dieser Mann ist ein Verräter. Und wenn wir ihn umbringen, dann wird es nichts bringen. Sie werden einfach den Nächsten schicken. Wenn der König ihn nicht umbringt, wirkt er schwach. Und das in dieser Situation, wo der Krieg nicht gut läuft, wo seine Eroberung zu scheitern droht. In Ordnung. Gut, dann habe ich eine andere Frage an euch, weil ihr in diesen Dingen sehr viel besser Bescheid wisst als ich. Was ist mit dem Besitz von Finchan O'Medden? Wird er eingezogen vom König? Natürlich. Natürlich. Und was ist mit seinen Kindern? Werden sie geächtet? Wahrscheinlich, ja. Das heißt, die ganze Familie geht ihren Untergang entgegen. Von so etwas erholt man sich nicht, meine Liebe. Nein, von so etwas erholt man sich nicht. Und jetzt weht sie mit der Hand ihre zwei Zofen kurz weg. Lass mich in Ruhe. Weil die nämlich an ihren Haaren rumgezupft haben während dem Gespräch. Und sie geht auf dich zu. Als sie genau vor dir steht, hebt sie die Hand. Wie, als du sie damals geschlagen hast. Aber statt dich zu schlagen, berührt sie ganz sanft deine Wange. Ich gebe dir jetzt einen Rat, Mädchen. Einen guten Rat. Du kannst sie nicht retten. Aber du kannst dich retten. Im Gegenteil. Du kannst diese Situation sogar nutzen. Einmal in deinem Leben kannst du klug handeln und taktisch. Wie sollte das aussehen? Was soll ich tun? Der Hochkönig und alle anderen werden gleich da sein. Und sie werden sehen wollen, wie du diesen Mann tötest. Tu es. Sei kein Mädchen. Weine nicht herum. Sei stolz und stark und zeige ihm, dass er dich nicht angreifen kann. Dass du keine Schwäche hast, egal wie sehr er dich verletzt. Töte. Oh, Madden. Sorja sieht sie direkt an und tritt dann ganz langsam einen Schritt zurück. Ihr, ihr verkennt mich, glaube ich. Aber, aber ja, ich, ich habe euch wohl dafür zu danken für diesen Ratschlag. Aber es ist doch trotzdem traurig. Die ganze Familie meines zukünftigen Ehemanns wird in Schande geschlagen. Und je früher du dich von ihnen drennst und ihn nicht mehr deinen zukünftigen Ehemann nennst, umso besser. Hör zu. Ich bin dir nicht böse. Im Gegenteil. Ich mag starke Frauen, die sich wehren und die stolz sind. Ich werde sehr bald eine sehr mächtige Frau sein. Salisbury kann dir nicht mehr helfen. Du hast ihn zu sehr verletzt. Diene mir. Euch. Ja. Nach diesem Abend werde ich mehr Macht haben, als jede andere Frau hier in diesem Lager. Searchers Kiefer mahlen und sie sagt darauf nichts, sondern tritt nur noch einen halben Schritt zurück. Sie lächelt. Stolz. Sie spuckt auf den Boden, ganz undamenhaft. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Stolz sieht von ihr zu dem Tisch und sieht da ein paar Flicken. Aus dem Impuls heraus sagt ihr, kann ich diesen Abfall, den ihr da habt, haben? Natürlich. Dann geht sie zu dem Tisch und nimmt sich diese Flicken und diese Stoffreste, steckt sie irgendwo hin. Halt, warte. Mal her. Sie schaut einer der ihrer Zoffen an. Hol das grüne Kleid da, Herr Raas. Das grüne? Ja. Sie geht zu einem der Druhen und holt ein wunderschönes grünes Kleid hervor. Ein Geschenk. Weil wir doch irgendwie Schwestern sind. Ich bedanke mich dafür, Lady Nest, sagt sie. Und nimmt das Kleid tatsächlich über den Arm. Das Kleid ist wahrscheinlich mehr wert als deine komplette Ausrüstung. Ich danke euch. Sie lächelt. Und dann dreht sie sich um und verlässt das Zelt. Will noch jemand eine andere Szene haben? Podrick wird herumlaufen, sich unter die Knappen mischen, ganz kameradschaftlich. Die Tugenden, die er sonst an den Tag legt, seit letztem Jahr kurz vergessend, um nahbar zu wirken und wird sich umhören bei den Knappen, bei den Mägden. Wird seinen Charme spielen lassen, um herauszufinden, wer nun die Berater sind des Königs, so wie Sorger es ihm aufgetragen hat. Ja, du findest ein paar Namen heraus. Der heißt dann Sir Cain, der wohl ein Berater ist. Dann ist es Cedric, der auch immer um ihn ist. Und noch viele andere Ritter und Höflinge. Teilweise hier, teilweise nicht. Podrick lächelt, als er mit den Leuten spricht. Er versucht, einen freundlichen Eindruck zu machen. Und als er ein paar Namen gefunden hat, eilt er zu Sorger und ruft. In ihr Zelt hinein. Dame? Kommt gerade selbst zurück. Ja, ich bin hier, Podrick, sagt Sorger und hat ein überaus teuer aussehendes Kleid über ihren Arm gelegt. Podrick bleibt kurz stehen, stutzt und schüttelt dann den Kopf und ich habe euren Auftrag erledigt. Ah ja? Hast du was herausgefunden? Ja, ein gewisser Herr Sir Cain zum Beispiel. Und Podrick nennt auch noch die anderen Namen. Das ist das, was ich herausfinden konnte auf die Schnelle. Ich wollte euch nicht zu lange warten lassen. Ja, gut gemacht. Podrick, hier nimm dieses Kleid und verwahre es sicher in meinem Zelt. Packe es zusammen, dass es keinen Schaden nimmt. In die Truhe? Tue ich. Natürlich. Und dann wird Podrick genau das tun und wird wohlgedrungen das Schwert von Sorger wieder ölen, polieren. Es wird diesen Abend, diesen Nachmittag wird es blitzen müssen. Szene Ende. Am Zelt von Edener ruft der Knappe Devon. Sir, meine Herrin würde gerne mit euch sprechen. Gewiss. Kann ich in diesem. Kann ich in meine Rüstung, wo sie treten? Selbstverständlich. Gut. Für mich zu dir. Du kommst zu ihrem etwas größeren Zelt als deines. Sie ist vom Stande noch ein gutes Stück höher als du. Und als du hereinkommst, siehst du sie auf einem Stuhl sitzen. Sie isst gerade. Schau zu dir. Habt ihr schon gegessen, Sir Edener? Noch nicht, Dame. Ich habe einen guten Eintopf hier. Devon, mach ihm was. Kurze Zeit später hast auch du eine dampfende Schüssel vor dir. Sir Edener sieht etwas merkwürdig aus. Mit voller Rüstung. Diese dampfende Schüssel vor sich. Hat sie noch nicht angerührt. Wartet. Erst nicht so schnell. Sie lächelt. Ich, ähm, ich weiß, wir sind nicht, na, wie soll man sagen, besonders gut miteinander momentan. Ihr findet, dass ich mich falsch verhalten habe. Wahrscheinlich habt ihr recht, aber so ist das nun mal. Warum? Warum was? Warum verhaltet ihr euch so, wie ihr es tut? Wie sag ich das, ohne euch zu beleidigen? Nein, das geht wohl nicht, weil ich kein Hund bin. Aber Ritter. Das heißt nicht, dass man immer mit dem Schwanz wedeln muss. Wenn der Herr irgendetwas sagt, wir sind keine Sklaven. Wir sind dafür da, dass wir Rat geben. Ihr habt einen Eid geschworen. Ich habe einen Eid geschworen, meinen Herren zu vertreten und für ihn zu kämpfen und zu dienen. Ich habe keinen Eid geschworen, alles nachzubeten, was er sagt. Und wenn er mich hierher schickt, in seinem Namen, dann wird er von mir erwarten, dass ich in seiner Art handle. Und ich kenne Roderick. Roderick hätte niemals irgendwelche Dörfer abgefackelt. Das tut er nicht. Er ist auch kein guter Mann, wenn es die überhaupt gibt. Aber sowas tut er nicht. Das hat er schon. Das heißt Krieg. Das bedeutet, es Krieg zu führen. Das war nicht nötig. Das war unnötige Grausamkeit. Wenn Sie den König nicht respektieren, müssen Sie ihn fürchten. Gott ist gerecht. Aber Gott kann auch streng sein. Und wenn man nicht dient, wird man bestraft. Schaut mich an. Was habe ich erleben müssen? Weil ich nicht gut genug gedient habe. Euer Schicksal hat nichts mit einem Verhalten zu tun. Es ist einfach so. Es ist einfach Schicksal. Tun wir vor Gott. Ich weiß nicht, was Gott ist. Ich habe diesen Glauben angenommen. Aus den falschen Gründen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was es bedeutet. Aber eins weiß ich. Dass mein Herr nicht will, dass ich stumm alles dulde, was der Hochkönig tut. Er will, dass man spricht. Dass man seine Meinung sagt. Dafür sind wir hier. Wir sind keine Hunde. Wir sind keine Sklaven, die losschlagen, wenn wir es sollen. Sie brauchen unsere Meinung. Sie brauchen unsere Stärke. Sonst sind sie blind. Roderick will seinen Kopf behalten. So einfach kann selbst Pendwürgen einen Earl nicht töten. Das kann er. Leicht ist die Welt. Er ist der Hochkönig. Er kann es. Er kann es einfach befehlen. Und dann ist es so. Und wenn er das tut und es einfach befiehlt, dann wird ganz Salisbury gegen ihn sein. Und andere. Und Dorset. Und Salchester. Der König ist mächtig. Aber er ist nicht allmächtig. Wer dem König vor die Schüße spuckt, belädt seinen Kopf. So einfach ist das. Ich lebe noch. Ja. Schaut euch an. Jeder weiß. Jeder wird es immer wissen. Ihr lächelt. Ich habe euch nicht deswegen gerufen. Ihr müsst dem Mädchen helfen. Was wollt ihr? Tötet ihr ihn. Tötet den Mädchen. Bringt euch vor. Bittet den König, dass ihr es tun dürft. Das werde ich nicht tun. Ihr seid in der König Befidus. Es ist unnötig. Es ist wieder eine unnötige Grausamkeit. Ein unnötiger Zwist. Eine Beleidigung. Das muss nicht sein. Es ist die Möglichkeit, dass sie sich von ihrer Schuld freisprechen kann. Aus eigener Kraft. Sie beißt sich auf die Zähne, die Kiefer knacken. Der König jetzt befehlt, werde ich es ohne zu zögern tun. Aber ich werde mich nicht vordringen und ich werde mich nicht zwischen dem König und einem Todgeweihten drücken. Das mache ich nicht. Ich will nicht, dass ihr ihn rettet. Er ist tot. Ihn kann niemand mehr retten. Wenn dem Sorger sich retten will, muss sie das tun, was der König von ihr verlangt. Gut. Ich habe es versucht. Ich danke euch. Das Internet steht auf. Er hat keinen Löffel gegessen hier. Er nickt nur. Er hat sogar einen Nicken in Richtung des Knoppen Devon übrig. Er hat keinen Groll gegen sie. Aber sie versteht nicht, was es heißt, ein Ritter zu sein. Er geht. Hat er noch jemand irgendwas? Ja. Kann Sorger mit Finchan reden? Oder ist der in Sicherheitsverwahrung? Mit Finchan nicht. Höchstens mit seinem Sohn. Ja gut, mit einem der beiden müsste sie reden. Okay, dann wo befindet er sich gerade? Seinem Zelt? Im Zelt des Vaters. Nach diesem Gespräch mit Lady Nest ist Sorger kurz davor Sir Cedric anzusprechen. Sie ist schon kurz davor auf seinen Bediensteten zuzuschreiten und kurz davor ihren Mund zu öffnen und zu sagen Sir Cedric, ich möchte die Beweise sehen. Ich möchte sehen, worum es sich handelt. Aber dann sieht sie das Zelt von Finchan oder Madden und plötzlich hat sie eine andere Idee. Oh, das ist eigentlich keine Idee, sondern eher ein Ausdruck einer aufkommenden Verzweiflung. Sie dreht sich dorthin und geht dort auch hin. Sie geht einfach durch den Eingang des Zeltes und sieht sich um. Wie heißt der so nochmal? Eogan. Da ist es leer, da ist alles rumgeschmissen durcheinander, da sind Schränke, nicht Schränke, sondern Druhen ausgeräumt, alles liegt wild durcheinander, ein Schwert, eine Axt, ein Rüstungsteil, als hätte man hier was gesucht. ein Chaos. Und in diesem Chaos auf dem Boden sitzt, erstarrt und weinend. Wie nochmal? Eogan. Sitzt, erstarrt und weinend, Eogan. Sartger bleibt im Eingang stehen, erstarrt, als sie dieses Chaos sieht und erstarrt auch, als sie Eogan sieht. Dreht sich dann allerdings ruckartig um und zieht die Plane, zieht das Tuch das den Eingang bedeckt zu, sodass nur noch schummriges Licht hier reinkommt und geht dann mit langsamen Schritten auf Eogan zu und setzt sich ihm gegenüber. Er starte dich an, sag kein Wort. Ich, ich hab's versucht, Eogan. Was willst du hier? Hat er, hat er das wirklich getan? Ja. Du bist hier, kann doch nicht sein. Warum, warum, warum war er so dumm? Warum hat er das gemacht? Wir sind Iren. Unser Blut ist irisch. Und? Warum, warum hat er einen Überfall angezettelt, ohne dass daraus irgendwas gewonnen wird? Einen Überfall hätte es sowieso gegeben. so hätte nicht Longress selbst gelitten. Er dachte, es wäre besser so. Aber der König, der neue König, hat es herausgefunden, wo, und er hat die Armee abgefangen. Die Blünderung hätten unser Volk für längere Zeit gut ernährt. Unser Stamm hungert. Viele sterben. Giorgia nickt ganz langsam. Ja. Ja, und jetzt hat er das Todesurteil über sich selbst gesprochen. Nicht nur über sich. Ja, über seine ganze Familie. Ja. Der Name deiner Familie wird verfemt werden und ihr werdet alle geächtet werden? Ja. Ihr werdet euren ganzen Besitz verlieren, Eogan. Und dich? Dich würde ich auch verlieren. Gehst du zurück nach Irland oder bleibst du hier? Ich weiß es nicht. vielleicht stehe ich gleich auf und versuche den König zu töten. Sei doch kein Idiot. Das hat keinen Zweck. Nach zwei Schritten hast du ein Schwert in deinen Magen. Ja. Ich weiß. Sag mal, gib mir deine Hand. Sie streckt ihre Hand aus. Er seufzt. Dann streckt er seine aus. Sie ergreift seine Hand und etwas Weiches befindet sich in ihrer Hand und sie dreht dann sein Handgelenk um und lässt seine Hand dann langsam los, streicht dabei noch kurz über sein Handgelenk und in seiner Hand ist dieses oder ist ein Teil dieser Lumpen. Ja. Start die Lumpen an. Du hättest mich zu deiner Frau genommen, auch wenn ich das Bettelweib bin, für das sie mich alle halten, oder? Natürlich. Dann nehme ich dich zu meinem Mann als ein Bettler, der du sein wirst. Er schüttelt den Kopf. Nein. Wieso denn das nicht? Ich bin nichts. Ich bin kein Krieger und ich bin kein reicher Sohn mehr. Du bist arm und der König, der König, er will dich bestrafen. Wenn du mich zur Frau nimmst, bist du verloren. Sei doch nicht dumm. Er ist doch nicht immer so verdammt edel. Was hat das mit edel zu tun, wenn ich einfach nur will, was ich will? Es nicht immer darum geht, was man will, sondern was gut für einen ist. Und das ich bin ganz bestimmt nicht gut für dich. Er wirft die Lumpen weg. Ich bin die Vergangenheit. Ich bin der Tod. Ich bin das Elend. Ich habe so langsam wirklich keine Lust mehr, dass alle Leute meinen, bestimmen zu müssen, was gut für mich ist. Er wachsend. in diesem Moment holt Sorge aus und schlägt ihm ins Gesicht. Er reagiert kaum. Er wird nach hinten geschleudert. Du bist zu stark für ihn. Deine Nase bricht. Er liegt eine Weile da. Nicht bewusstlos. Du hörst ihn leise kichern. Dann steht sie langsam auf und zieht ihn hoch. Blut läuft ihm aus der Nase. Ich habe auch keine Lust mehr, dass man mir immer sagt, ich soll erwachsen werden. In dem Moment, in dem ich meine Esther im Wald gefunden habe, mit aufgerissen und aufgeschnittener Kehle, wurde ich erwachsen, und zwar erwachsener, als du es dir jeweils vorstellen kannst. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass mir jeder sagt, ich soll erwachsen sein. Also Eogan, du hast jetzt die Wahl. Entweder du nimmst mein Angebot an und ich heirate dich, Bettler, und wir bleiben zusammen oder du schlägst es jetzt aus. Aber hör auf zu heulen wie ein Hund, den man getreten hat. Würfel Appeal. Ich kann hier auch mit den Passions pushen, ja? Ja. Plus fünf. Er schaut dich an. Start dich an mit dieser blutigen Nase und den verheulten Augen und noch mehr Tränen fließen ihm über die Wangen und dann kommt so ein kehliges Geräusch aus ihm heraus zu und er umarmt dich zieht sich an sich wie ein Verdurstender einen Wasserschlauch greifen reißen würde und küsst dich küsst dich. Sascha erwidert das und legt dann ihre Wange an seine und löst sich dann nach einem gewissen Moment wieder reicht ihm nochmal über seinen Hals mit ihrer rechten Hand und dann ist diese rechte Hand auch schon wieder bei den Lumpen die er weggeschmissen hat und sie steckt sie dann zu sich in Ordnung wir bleiben zusammen ich werde aber nicht und es tut mir leid Eogan es schrecklich leid aber ich werde den Befehl des Königs werde ihn durchführen müssen ich weiß versprich mir dass du mich dafür nicht verachtest mein Hass gilt ganz allein nur einem gut Eogan damit dreht sie sich um deckt diese Lumpen noch einmal zu sich geht dann zur Tür schlägt das Tuch zurück und dreht sich noch einmal zur Eogan um und wirft ihm ein reichlich deplatziert wirkendes lächeln zu in dieser verzweifelten Situation und verschwindet dann den Ende gut es ist Mittag Die Sonne strahlt auf das Lager im Hintergrund die Ausläufer des Sumpfes auf der anderen Seite die belagerte Burg die nicht fallen will in der Mitte des Lagers haben sich viele Leute versammelt sie stehen herum um einen kleinen Platz und auf diesem Platz ist ein Holz Baumstamm ein Baum Stumpf aufgestellt dahinter mehrere Ritter Sir Cain auf der einen Seite Sir Ednair es wurde ihm befohlen auf der anderen Seite und in der Mitte um Madden dahinter noch weitere Ritter auf der anderen Seite auf diesem Holzthron der nach draußen gebracht wurde der König neben ihm stehend in einem atemberaubenden blau-schwarzen Kleid Lady Nest viele andere auch Portrick natürlich und neben ihm stehend Sorger Dame flüstert Portrick zu Sorger ja Portrick wenn es euch das Herz erleichtert ich habe nun die letzte halbe Stunde damit verbracht das Schwert so zu schärfen damit es schnell geht sehr gut Portrick sehr gut 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 mir wird langweilig Fincher Nomadden du bist verschuldig befunden deinen König und deinen Earl verraten zu haben du bist schuld an dem Tod vieler Soldaten du bist ein Verräter das Niedrigste was es gibt und wärst du kein Edelmann würde ich dich versklaven lassen und jeden Tag auf die fürchterlichste Weise foltern wie es mir einfällt hast hast du das verstanden du Stück dreck Fincher auf den Boden herunter gedrückt von den beiden Rittern schaut hinauf zum König antwortet nicht der Blick des Königs wandert zu Serdenair ungeduld in den Augen Serdenair drückt mit der Hand dem Sorscher nach vorne Sorscher lässt sich auch nach vorne drücken sieht ihr Schwert und geht in Richtung des Richtblockes dort stellt sie sich in Position hin und dreht sich noch einmal zum Hochkönig um ein Zeichen erwarten wie es scheint dem Sorscher sag mir soll ich diesen Mann leiden lassen für seine Verbrechen oder ist es wichtiger dass der Edelmann einen schnellen Tot erhält weil der Held ein Edelmann ist das wichtigste o Hochkönig ist dass es nicht mehr zu Überfällen der ihren kommt ja das ist das wichtigste tu es und dann dreht sich Sorscher ganz langsam zu Finchard um der start dich an sie bewegt das Schwert an ihrer Rüstung entlang sodass es ein klingendes Geräusch gibt und währenddessen flüstert sie ihm dann nur zu es tut mir leid zu auch mehr denn es gibt nichts was dir leid hat muss ich verspreche euch dass ich auf ihn aufpasse er schließt die Augen atmet durch Sorscher holt aus und schlägt ihm mit einem einzigen Schlag den Kopf ab das sehen wir Schwert bitte es ist kein perfekter Schlag es ist nicht so einfach jemanden mit einem einzigen Schlag den Kopf abzuhacken es geht nicht so ohne weiteres mach mal Schaden du rammst ihm du schlägst ihm das Schwert die Wirbelsäule es gibt ein Knacken ein fürchterliches Geräusch ein Schneiden das Schwert steckt fest tief im Hals des Mannes er gurgelt noch die Augen weit aufgerissen ein fürchterliches Geräusch ein paar Damen schreien auf ist er tot halbtot unklar aber sein Körper zuckt in jedem Fall noch drückst du weiter oder willst du noch mal zuschlagen in mir beginnt sofort der Automatismus Wirkung zu haben ich reiße das Schwert versuche das Schwert aus seiner Wirbelsäule raus zu reißen und noch einmal zu schlagen ein knackendes Geräusch ein Wimmern jemand schreit auf noch mal Schwert noch mal Schaden der Hieb ist deutlich besser du triffst in die Stelle die du schon geöffnet hast und zack mit dem zweiten Schlag rollt der Kopf den Hügel leicht herab zu den Füßen des Königs Stille das Wimmern deines Angetrauten Sonst nichts Szene endet Wollt ihr auf die Das Folgen noch was spielen oder kann ich weitermachen weiter ich höre irgendwie nichts sagt mal jemand was ja wir beide haben also lnr und ich haben gerade weiter geschrieben 020 ah okay jetzt ich alles klar gut tage vergehen nach dieser kleinen ablenkung folgt die Einöde und die Öde der Belagerung die nicht voran will und auch nicht wirklich mit Leidenschaft verfolgt wird hier und da noch ein paar Plünderungen aber es wird klar dass es nicht vorangeht der König von Samerland wird nicht so einfach aus seinem Sumpf heraus kommen er weigert sich und dann passiert noch etwas die Ersten werden krank immer mehr hört man ein Husten im Lager viele übergeben sich und das Fieber zieht ein vielleicht irgendwie vom Sumpf gekommen immer mehr werden krank würfelt bitte allemal auf Stacke ja sofort Ja stimmt Con wäre eigentlich auch fast besser gewesen stimmt macht mehr Sinn Patrick darf behalten weil er Erfolg hat aber bei der Rest hat darf Con würfeln das macht mehr Sinn Patrick wird nicht krank aber die Ritter schon der Edener wie auch dem Sotcher bekommen man Fieber starkes Husten es ist eine schlimme Krankheit die ist ja die zehrt am Leib sie zehrt an der Seele das Fieber wird immer mehr Patrick du musst dich um dem Sotcher kümmern aber man berichtet dir auch dass der Edener der keine knappen hat ebenfalls im Lager liegt und schweres Fieber hat was tust du ich werde mich als allererstes um Dame Sotcher kümmern sie ist schließlich die Ritterin der ich treuer gelobt habe und ich werde ihr versuchen mit Heilmitteln aus der Heimat aus Irland von dem die mein Vater erzählt hat versuchen das Fieber herab zu senken sodass sie in dem Schlaf der genesenden verfällt Probe auf first aid first aid ich darf pushen ja immer ihr dürft immer pushen muss man nicht fragen minus fünf ja aber auch wenn du nervös bist und ein paar mal die Kräuter fallen lässt und unsicher bist was immer du tust den Tee den du aufbrühst den du mal bei Bronwyn gesehen hast wie sie ihn gebraut hat er wirkt und die Dame ist nach mehreren Tagen drei an der Zahl wieder einigermaßen auf den Beinen hat sich um Söder näher auch jemand gekümmert warst du dort oder nicht wenn es soweit war dass Besserung die erste Nacht an dem das Sieber nicht mal allzu hoch war hat sich Portric mit derselben Mischung auch zu Söder näher bereitgestellt aber das heißt dass du deutlich später dahin gehst und deswegen bekommt Söder näher erst mal fünf Schaden und darf dann noch mal Konstitution würfeln der Ednair hat vieles gesehen Krankheit Feuer alle Arten von Tod du siehst es wieder den Tod er ist ganz nah aber aber wieder kommt er nicht es ist wie die Geschichte die Bronwyn erzählt hat über Lot alles ist eine Prüfung der Herr prüft ihn sein Gott prüft ihn und er muss bestehen er darf sich nicht beklagen und wenn sein Herr sagt dass er krank sein soll dann muss er krank sein wenn sein Herr sagt er soll genesen dann muss er genesen so wie sein König befiehlt was er zu tun hat er ist ein Ritter irgendwann steht er einfach auf und das Fieber nicht mehr da ist auf einmal er kommt Portric gerade herein mit einer Kanne Tee Sir Adinair geht das besser hilf den Kranken sie haben es nötig er verlässt einfach das Lager Portric wird das tun er wird sich ein paar Knappen zusammenholen ein paar der Ladies wird ihn genau auftragen wie es zu braun ist dieser Tee Brennnessel und ein bisschen Löwenzahn und wird ihn auftragen alle Kranken damit zu versorgen in der Hoffnung dass dies auch ihnen helfen wird ein paar wird es helfen anderen nicht Kräuter wirken nicht immer gleich bei jedem Krankheiten sind nicht immer gleich es sterben auch einige die Krankheit breitet sich aus im Lager was hattest du noch etwas vor nachdem er sich gereinigt hat angezogen hat ist er selbst wieder ins Krankenlager er hilft er hilft und so vergehen Tage schließlich seid ihr alle wieder fit helft fleißig was macht Dame Sörger nachdem sich Dame Sörger erholt hat wird auch sie versuchen da zu helfen wo sie helfen kann sie wird allerdings auch immer wieder das Moor im Blick behalten und als ihr auffällt dass Bronwyn noch nicht aufgetaucht ist wird sie irgendwann sofern es passt das Gespräch mit Sir Ednair suchen den findest du in den Krankenlagern er hilft und scheint sein Handwerk gut zu verstehen Sir Ednair die Verbände hier die müssen weg frischer her das muss gewaschen werden ja ja her ja her was gibt es zu Ednair ist aufgefallen eure Knappen es ist auch nicht meine Angelegenheit aber ist sie immer noch nicht wieder aufgetaucht sie kam nicht zurück ist sie euch entlaufen sie kam nicht zurück den Verband dort der ist völlig durchnässt es sind so viele Entschuldigung ich komme gar nicht hinterher sie kam nicht zurück ich verstehe nun gut sagt Dame Sorge und dreht sich einfach um und verlässt das Krankenlager wieder da rennst du in Diven herein der Knappe herin was was soll das pass doch auf wo du hin läufst was willst du ein ein Bote war bei meiner herrin sie ist selbst im fieber und der König es geht ihr gut es geht ihr gut aber der König wollte sie für eine Mission sie kann das nicht ausführen jetzt will er dass er und ihr zu ihm kommt sehr schön sehr gut und der im Sorger dreht sich um Säden näher ich hab hier zu Ton eure Verbände können warten der Hochkönig will uns sehen sehr wohl er merkt seinen Kopf sehr wohl hat es ihm was bedeutet als dem Sorger von seiner Knabin gesprochen hat hat sich nichts anmerken lassen aber ja sie ist nicht zurückgekehrt war zu streng oder nicht streng genug er atmet durch er wäscht seine Hände er soll nicht mit blutigen Händen vor den König treten aber wenn der König ruft ist keine Zeit sich in eine Rüstung zu hüllen so wie der mit seinem Wams das sich erträgt dem Sorger folgen und während Ser den näher sich die Hände wäscht wird Dame Sorger den knappen Devin noch aufhalten und zu ihm sagen siehst noch mal dein Name Devin ja Herrin gut du gehst zu meinem knappen Padraig und du wirst ihm folgendes sagen er solle sich einmal umhören ob wir nicht etwas herausfinden können über den verbleib der knappen von zu Ednair sehr gut und dann wird Dame Sorger das Krankenlager tatsächlich verlassen draußen auf Ednair warten und mit ihm dann zum Hochkönig gehen er geht zum Hochkönig müsste aber etwas warten in der Zeit erreicht Devin Portrick hey du Portrick ist gerade dabei wieder Tee aufzukochen da hinten der als nächstes ja was gibt es eine Herrin hat mich geschickt geht es ihr besser ja es geht ihr besser sie ist beim Hochkönig beim Hochkönig schon wieder dieser Tee wirkt er er wirkt ziemlich gut ich habe gehört deine Ritterin ist auf dem Weg der Besserung ja aber langsam vielleicht würde der Tee helfen ja verdünne ihn mit Wasser gleiche Menge Wasser wie Tee dann ist er nicht ganz so stark ich danke dir deine deine Herrin will dass du dich umhörst wegen Bronwyn was ist denn mit Bronwyn geht es ihr nicht gut Bronwyn Portrick realisiert dass er sie seit Tagen nicht gesehen hat jetzt wo du es sagst ich weiß nicht wo sie ist dachte immer sie wäre bei Sir Ardenair nein er ist sie nicht er hat im Moment niemanden ich musste ihm schon die Rüstung anziehen ich habe mich auch schon gefragt mich gewundert das sieht aber jetzt gar nicht ähnlich ich höre mich um ja und denk dran zu gleichen Teilen auffrischen und dann sollte es ja auch schon bald wieder besser gehen haut dir freundschaftlich auf die Schulter danke dir kein Problem und dann macht sich Portrick auf den Weg fragt bei den Knappen fragt bei den Ladies die vielleicht für die Lazaretts hier ansässig sind habt ihr habt ihr hey du 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 Kerl da ja hast du die Knappe von Sir Ardenair gesehen wer ist denn das und unwichtig du 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 bist doch aus Salisbury und so fragt sich Portrick hindurch und guckt ob er irgendwas herausfindet du bist ja eine Weile beschäftigt und nach vielen Fragen ist das einzige was du herausfindest dass wohl irgendjemand gesehen haben soll wie sie in den Sumpf gegangen sei das ist aber schon eine ganze Weile zwei Wochen mindestens her und ihr habt sie nicht aufgehalten ich bin verrückt ich renne doch nicht in den Sumpf du hättest sie aufhalten können da musst du nicht in den Sumpf rennen das ist nicht meine Aufgabe irgend so eine tuse da irgend so ein Mädchen da aufzuhalten du bist ein Vollidiot und damit rast Portrick zu Sorgers Zelt wo niemand ist weil Sorger befindet sich gerade vor dem Zelt des Pendragon wofür habe ich Barater wenn sie mir wenn sie Feiglinge sind wenn sie alle Verlierer sind die sich nicht trauen jemand flüstert etwas ja ja dann holt die zwei rein und dann werdet ihr herangebeten der König der König bitte Borja in dem Mantel den ihr Elyri geliehen hat den sie immer noch trägt trägt tritt ein ihm so sehr er die Nähe steht wartet das Zelt wie gehabt dieser Thron ein paar Leute nicht sehr viele stehen dort Sir Kane steht dort noch ein älterer Ritter von dem ihr wisst dass er wohl ein höherer Berater ist und Lady Nest ist ebenfalls da die sitzt an der Seite und lächelt vor sich hin kommt her sie nennen er tritt näher der Alsell ist böse nicht hier er ist mir ein guter vertrauter und mit dieser mit diesem Weib spreche ich nicht also ihr müsst ihr krank habe ich gehört also müsst ihr erhalten ihr solltet euch ins Bett legen sei still so ein kleiner husten er macht mir nichts und jetzt seht ihr es erst auf seiner Stirn ist schweiß die da alle sagen ich soll nicht meine Armee in den Sumpf führen und diesen Feigling herauszahren an seinen Haaren was ratet ihr mir mein König ein Sumpf ist nicht geeignet für eine Armee Merlin hat gesagt dass ich diesen Angriff nicht machen soll aber ich lasse mir doch nicht von so einem tun den König finden und wenn sie wissen wo er ist können sie entweder zum Kampf herausfordern oder wenn bekannt ist wo der Ort ist dann sämtlicher Zugang verwehrt werden abgeschnitten eine Belagung im Sumpf sozusagen mein König Leni Nest lacht auf er ist wirklich noch dümmer als man es sagt sei still nein bin ich nicht König schaut sie an du wirst vorlaut ich war immer vorlaut ich sag es euch nochmal ihr müsst mit ihm sprechen er ist ein mächtiger Mann Merlin hat es gesagt und ich sage es euch er ist ein großer Zauberer der König von Samerland diese Krankheit ist nur das Erste was er tun kann diese Krankheit als ob sie von ihm käme sie kommt von ihm ok aber die Idee gefällt mir eine kleine Truppe die durch den Sumpf geht und ihn findet aber ich will mir nicht sagen lassen dass ich nicht auf die Hexer höre diese kleine Truppe geht da hin und sagt ihm dass ich mit ihm sprechen will wir vereinbaren ein Gespräch vielleicht kann man sich mit ihm ein und wenn nicht dann ziehen wir in den Sumpf also sehr erdenär ihr habt euch freiwillig gemeldet das finde ich sehr gut mein König er blickt weiter zu dem Sorge ich melde mich ich melde mich ebenfalls freiwillig Hochkönig er nickt gut er nimmt was ihren Männern braucht ihr entscheidet selbst das gelingen dieses Auftrags er schaut dich eindringlich an Satscha könnt eure Zukunft bestimmen haben wir uns verstanden sehr wohl Hochkönig gut bereitet alles vor sehr wohl